Herzlich willkommen zur Videolösung der 10. Serie. Wir besprechen die Aufgabe 1. Ich lese die Aufgabe vor. Eine Masse m hänge zwischen zwei Federn mit Federkonstanten k1 und k2. Auf der Masse m liege noch eine kleine Masse, m. Der Haftreibungskoeffizient zwischen den zwei Massen ist µ0. Teilaufgabe a formulieren Sie die Bewegungsgleichung, falls die obere Masse auf der unteren haftet. Teilaufgabe b finden Sie die Eigenfrequenz Omega des Systems. Teilaufgabe c das System wird nun von außen mit der Eigenfrequenz Omega aus der Ruhe angeregt, bei welcher Amplitude a gleich xmax beginnt der obere Block auf dem unteren zu rutschen. Die Situation sieht also folgendermassen aus. Wir haben eigentlich die gleiche Situation wie schon in einer der ersten Serien. Wir haben eine Gesamtmasse m plus m zwischen zwei Federn mit verschiedenen Federkonstanten k1 und k2 eingespannt. Das System befindet sich nun in Ruhe. Das heisst, wir können eigentlich auch gleich den Nullpunkt unseres Systems, jetzt bezeichnet durch die Variable x, können wir den Nullpunkt gleich im Ruhepunkt unserer beiden Massen setzen. Das macht die Behandlung des Problems einfacher. Wieso, dass man das so machen kann und wieso das so einfach ist, das wurde in den ersten Serien erklärt. Man kann natürlich den Nullpunkt auch sonst irgendwo setzen. Das geht auch. Ja, wie geht man nun vor, wenn man so eine Aufgabe sieht? In einer der letzten Serien habe ich das kurz angesprochen. Wir schauen das nochmal schnell an. Grundsätzlich, wenn wir so eine Aufgabe haben, geht es immer darum, die Bewegungsgleichung zu finden und dann schlussendlich diese Bewegungsgleichung zu lösen. Wir wählen dann einen geschickten Ansatz. Wir denken uns eigentlich damit bereits eine Lösung für das Problem aus. Dann können wir den Ansatz in die Bewegungsgleichung einsetzen und mal durch Koeffizientenvergleich eventuell schon gewisse Variablen oder gewisse Koeffizienten, welche wir haben, herausfinden. Und zum Schluss sind eventuell noch Anfangsbedingungen gegeben, wie jetzt zum Beispiel im Falle einer Feder die anfängliche Auslenkung aus der Ruhelage oder vielleicht die Geschwindigkeit zum Zeitpunkt t gleich Null oder Ähnliches. Und so ist jetzt eigentlich diese Aufgabe in dieser Serie auch gestellt, dass man eigentlich dieses Schema ausführt. Zu Beginn wollen wir die Bewegungsgleichung finden. Um die Bewegungsgleichung zu finden, stellen wir die Kräftegleichung auf, die total auf das System der grossen und kleinen Masse zusammen wirkende Kraft, m-total mal a, ist einfach die Summe der beiden Federkräfte. Die sieht so aus. Das ist Minus mal die Summe der Federkonstanten mal die Auslenkung aus der Ruhelage x. Die gesuchte Bewegungsgleichung sieht also so aus. Das ist die Lösung dieser Teilaufgabe. Das kann man jetzt auch noch ein wenig umschreiben, um eigentlich gleich zu sehen, um was für eine Differenzialgleichung es sich handelt, kann man die Bewegungsgleichung auch so hinschreiben. Und mit der Zeit weiss man auswendig, dass es sich bei dieser Differenzialgleichung oder dass es sich bei der Lösung dieser Differenzialgleichung um eine harmonische Schwingung handelt. Und das machen wir jetzt gleich in Teilaufgabe b, weil wir ja wissen, wie die Lösung etwa aussieht, können wir also als Ansatz für die Lösung gleich so eine harmonische Schwingung wählen. Das wäre x von t, das ist irgendeine maximale Auslenkung, a mal zum Beispiel ein Kosinus von Omega t plus vielleicht noch eine Phase phi. Das ist so der allgemeine Ansatz, wie man ihn jeweils wählt, um so eine Differenzialgleichung zu lösen. Es gibt auch andere Ansätze, man könnte auch ein Sinus nehmen oder die Summe von einem Kosinus und einem Sinus. Das funktioniert alles auch. Wenn wir jetzt unseren Ansatz, wie wir ihn gewählt haben, in unsere Bewegungsgleichung einsetzen, dann bekommen wir diese Formel hier. Das ist einfach die zweite Ableitung von unserer Funktion x von t und das hier ist dieser Vorfaktor mal die Funktion selber. Und jetzt können wir Koeffizientenvergleich machen. Diesen Term hier haben wir auf beiden Seiten. Was übrig bleibt, ist das Omega Quadrat oder minus das Omega Quadrat und dieser Term hier. Das heisst, damit diese Gleichung zu allen Zeiten erfüllt ist, muss gelten, dass Omega gleich der Wurzel aus der Summe, der Federkonstant über der Summe der Masse ist. Das heisst, damit haben wir jetzt den Term Omega gefunden und dieser Term oder diese Variable Omega, das ist eben die Kreisfrequenz. Das ist der gesuchte Wert in dieser Teilaufgabe. Jetzt in Teilaufgabe c ist gefragt, ab wann der obere Block auf dem unteren zu rutschen beginnt. Und der obere Block haftet über die Haftreibungskraft auf dem unteren Block. Das heisst, die maximale Kraft in horizontale Richtung, bei welcher die Haftreibung gerade noch wirkt, ist gegeben durch m mal g, also die Gewichtskraft auf dem kleinen Block mal µ0. Und wie kommen wir jetzt auf die maximale Kraft, welche auf dem Block wirkt, bei einer gegebenen Anfangsauslenkung a? Wir haben ja die Ortsfunktion x von t, die haben wir jetzt herausgefunden, die Variablen a und phi, die kennen wir eigentlich noch nicht. Das wäre jetzt der letzte Teil beim Lösen der Differenzialgleichung. Das müssen wir jetzt in dieser Aufgabe eigentlich gar nicht machen. Die Anfangsbedingungen sind ja keine gegeben. Wir wissen nicht, wie weit der Block zu Beginn ausgelenkt wird und in welcher Phase oder an welchem Ort er sich zum Zeitpunkt t gleich 0 befindet. Und darum können wir die Variablen a und phi einfach mal so stehen lassen, weil die Variable a, die maximale Auslenkung, die wollen wir ja jetzt eben genau bestimmen, indem wir schauen, wie gross diese Auslenkung, diese maximale Auslenkung a sein kann, damit die Haftreibungskraft vom kleinen Klotz auf dem grossen Klotz nicht mehr gross genug ist. Also ab wann der kleine Block zu rutschen beginnt. Und jetzt, wenn wir die Ortsfunktion haben, haben wir ja sofort auch die Geschwindigkeitsfunktion von unserem Gesamtsystem, bestehend aus dem grossen und dem kleinen Klotz. Das ist einfach die erste Ableitung von dieser Funktion hier. Und die Beschleunigungsfunktion ist die Ableitung der Geschwindigkeitsfunktion oder die zweifache Ableitung nach der Zeit von der Ortsfunktion. Das wäre dann diese Funktion hier. Das heisst, der maximale Wert, den die Beschleunigung annimmt, die Beschleunigung eben, wie gesagt, des Systems bestehend aus beiden Blöcken, die maximale Beschleunigung ist betragsmässig genau A mal Omega Quadrat. Weil dieser Term da hinten, der ist ja immer maximal betragsmässig 1. Das heisst, der betragsmässig grösste Wert unserer Beschleunigung ist A mal Omega Quadrat. Auf dann das Ganze in Kräften ausgedrückt ist die maximale Beschleunigung auf jetzt entweder den kleinen oder den grossen Klotz. Jetzt im Falle des kleinen Klotzes halt klein m mal A mal Omega Quadrat. Also klein m mal A oder A Max. Und sobald diese Kraft diese Kraft in horizontale Schwingungsrichtung grösser wird als die maximale Hafttreibungskraft beginnt der Block natürlich zu rutschen. Und wir kennen ja alle Werte ausser der Variable A. Das heisst offensichtlich ist diese maximale Kraft nicht nur von der Kreisfrequenz oder der Eigenfrequenz dieses Systems abhängig, sondern auch von der maximalen Auslenkung. Wir können also so eine Bedingung an A finden. Sobald also A grösser ist als dieser Term hier als µ0 die Hafttreibungskoeffizient mal die Erdbeschleunigung G über der Kreisfrequenz im Quadrat sobald diese Bedingung gilt dann beginnt der Block zu rutschen. Und das ist auch das Endresultat für diese Aufgabe. Eigentlich haben wir so eine Aufgabe schon in der letzten Serie gelöst, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Art von Aufgaben versteht. Darum wurde es jetzt in dieser Serie nochmal kurz gezeigt. Grundsätzlich funktionieren diese Aufgaben immer gleich. Wir können eigentlich immer nach diesem Schema vorgehen und dann halt entsprechende Werte herausfinden. Also die Kreisfrequenz kann man so eigentlich immer herausfinden. Meistens sind ja Federkonstanten und Massen gegeben. Je nach Anfangsbedingungen gegeben sind, kann man dann noch die weiteren Variablen herausfinden. Oder eben wie jetzt hier in dieser Aufgabe kann es auch sein, dass keine Anfangsbedingungen gegeben sind. Dafür muss man dann gewisse Variablen, die noch unbekannt sind, irgendwie herausfinden über irgendein Zusatzproblem. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.